Im letzten Video. Sie sind nicht klar im Kopf. Ein Perspektivwechsel wird Ihnen guttun. Melden Sie sich bei Oberseithoff 8. Garde. Sie teilen mich einem Strafbataillon zu? Das ist ein Todesurteil. Erzählen Sie deren Geschichte. Solange Sie noch können. Und so geht es weiter. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Company of Heroes 2. Ja, Mission 13. Ja, das ist halt so für mich Unglückszahl. Für manche vielleicht auch eine Glückszahl. Mal gucken. Könnt ihr mir mal in die Comments schreiben. Spaß beiseite. Also, wir haben jetzt hier halbe vor uns. Die Mission halbe April 1945. Und wir sind jetzt endlich in Deutschland angelangt. Ja, freue ich mich. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt vom Areal und so weiter grafisch aussieht. Das ist ja bestimmt jetzt ein bisschen freundlicher als die letzten Missionen. In diesem Sinne, leg mal los. Ich wünsche euch wieder viel Spaß und ab geht's. Feuer reinstellen! Feuer reinstellen! Da können wir den Deutschen gleich sagen, dass wir hier sind. Wir können sie nicht weiter durch den Wald jagen. Wir müssen die Taktik ändern. Hm. Wir haben unsere... Halten Sie durch! Eins unserer Aufklärungsflugzeuge ist im Anflug. Okay. Eieieiei. Sieht gut geschützt aus auf jeden Fall. Die Reste der deutschen 9. Armee werden versuchen, unsere Linien zu durchbrechen und zur 12. aufzuschließen. Wir werden sie abschneiden und das verhindern. Zuerst sichern Sie die Straße nach Halbe. Sobald Sie die Versorgungslinie aufgebaut haben, rücken Sie durch den Wald vor und kreisen Sie die Stadt ein. Die Deutschen haben sich dort verschanzt und warten auf eine Chance auszubrechen. Wir lassen Sie nicht entkommen, Genossen. Denken Sie daran, was Sie unserer Heimat angetan haben. Unserem Volk. Wir werden keine Gnarre zeigen. Das sieht ja ganz schöner Multitasking aus hier. Von beiden Seiten irgendwie. Vor uns liegt eine starke deutsche Verteidigungsstellung. Sie müssen das Territorium sichern, bevor unsere Streitkräfte vorstoßen können. Ja, dann machen wir das erst mal. So. Wir haben auch einen M5. Diese Panzerabwehrkanonen reißen unsere Panzer in Stücke. Erledigen Sie sie. Dann kann ich gepanzerte Verstärkung schicken. Äh, äh, äh. Pionier, können wir schon mal Flammenwerfer machen. Dann können wir noch hier hin. So, Mörser stehen schon ganz okay eigentlich. Kann nicht mit Leben. So, dann kommt die nämlich jetzt hier auch schon. Müssen wir ein bisschen auf das Fahrzeug aufpassen. Das wollte ich nämlich lieber... Geh, komm mal vor. Werf mal eine Granate. Was machen die Mörser jetzt so weit vorne? Das ist doch scheiße. Geht mal hier hin irgendwie. Oh, die sind gleich down. Ja, komm. Ballert die mal nach weg hier. So, hätten wir. Mal zurück. Schöner Wald hier. Oh, das ist ein Gegner. Ja, so viel zum Thema. Schöner Wald. Ja, komm. Schicken wir uns mal ein bisschen vorbei hier. Oh, der ist gleich down. Weg mit dir. Können wir T drücken? Okay, geht sogar. Müssen wir ein bisschen aufs Fahrzeug natürlich aufpassen. Den Granaten und so. So, mit dem darf man mal, wenn ich mal markiert bekomme, Molotow. So. So, den kann man nämlich jetzt hier heimnehmen, dem M5. Deswegen müssen wir auf den aufpassen. Du gehst auch mal zurück. Du gehst auch zurück. So, dann halte ich die erstmal fix. Geht mal hier hin, dass wir auf beiden Seiten welche haben. Wir könnten natürlich auch upgraden. Ne, jetzt lasse ich jetzt mal. Wir können den sowieso jetzt noch zum Heim benutzen. Wir sind keine Feiglinge. Bereit zum Bauen und zum Zücheln. Wir haben eine... Weiß egal, wir können noch Einheiten holen. Dann machen wir das mal noch währenddessen. Frontowiki-Trupps sind eingetroffen. Jetzt halte ich erstmal wieder hoch. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verlierung. Also nachdem, ich habe ja schon hier die Verteidigungslinie gerade eben gesehen. Also das wird hier mit den Einheiten nicht so leicht, Leute. Muss man mal schauen. Wir haben ja nicht mal Sniper oder so. Geschweige denn der M&W. Können ja mit dem Mörser ja schon mal anfangen hier. Was haben wir denn da? Hier ist ein Bunker. Gehe ich doch fast mal davon aus, dass hier welche drin sind, hä? Wenn dessen belegen wir die mal alle ordentlich. Dann machen wir auf die 5. Ja, jetzt machen wir mal einfach auf die 1. Pionier weiß ich nicht. Machen wir mal auf die 4 erstmal. Auf die 3. So, die Halme nochmal. Geht leider nicht. Schade. So, Mörser durfte ich mal anfangen zu schießen. Sollte man hier mit dem Erdeckung suchen schon im Wald irgendwie. Ja, das ist wahrscheinlich schon zu nah, oder? Ich weiß es nicht. Schicken wir uns mal hier hin. So, ihr kommt auch mal mit. Können schon wieder neue holen. So. Okay, ja, da habe ich was. Ah, hier ist ne Pack. Okay. Wir können natürlich auch probieren, nach und nach hier von einer Seite zu kommen. Von der anderen Flanke oder so. Also von der Flanke sozusagen. Von der linken. Weil hier wird alles sehr gut geschützt sein. Davon gehe ich zumindest aus gerade. Was ist denn los, Mörser? Hast du keine Lust mehr? Schießen wir einfach nochmal hier hin. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Na, gucken wir mal. Okay, pack es weg. Das ist schon mal gut. Na gut, aber die treffen halt auch manchmal nicht so gut. Aber ich will mich jetzt hier nicht beschweren. Ja, Leute. Gehen wir jetzt mal mit denen hier. So. Holen schon mal wieder Leute ran. Dass sie nur fest die Mörser ein bisschen beschützen können wenigstens. Und versuche jetzt mal von der Seite irgendwie zu kommen. So, wir lassen aber lieber mal hier. So, wir gehen mal hier hin. Können wir die jetzt immer noch nicht heilen. Leider nicht. Ja, wir gehen mal hier hinter den Baumstamm. Was wollen sie genau? Das ist ja, guck mal. Oh, cool. Gefällt mir das Areal. Das ist halt nicht mehr so unfreundlich. Wie sonst immer Feind entfüllt. Geht drauf bitte. Ja, da dürfte er eigentlich ganz gute Chancen haben. Geht da mal bitte alle Entdeckungen. So. So. Da müssen wir halt noch rechtzeitig wieder zurückschicken. Das darf man nicht vergessen. Sieht aus mir ganz gut aus. Ich will jetzt aber keine Granaten werfen, weil da müssen die wieder zu nah ran. So, den schicken wir mal zurück. Dann holen wir mal neuer ran hier. Von hier kommen die ja gerade nicht. Okay, das ist gut. So, den müssen wir da auch gleich drückschicken. Ja, werfen wir mal fix eine Granate. Werfen wir mal fix eine Granate hier rein. Sehen wir mal ein bisschen, was wir noch hier haben. So, zieh dich mal zurück. Ah, die war nice. Der hat richtig viel gebracht. Ja, die Seite sieht mir recht unbeschützt aus hier. Okay, hier haben sie eine MG. Hier haben sie eine MG. Gut zu wissen. Das war's dann wohl mit der MG, oder? Ich weiß nicht, ob der Mörser gut getroffen hat. Machen wir mal das hier. Sehen, ob's was bringt. So. Machen wir die erstmal wieder ordentlich. Machen wir die auch gleich noch mit rein. So, weiter geht's. Mal von der Seite bitte, soweit's geht. Okay, dann haut mal hier den MG bitte weg. Scheint immer noch da zu sein. Ne, ist nur noch der Bunger da, so wichtig das hier. Okay, dann geht man hier drauf. Äh, gut, werfen wir eine Granade. Weg, weg, weg. Ah, scheiße, ab hier hat's nicht gemacht. So, werfen wir jetzt hier, müssen wir schnell jetzt Granaden reinwerfen. Uh, das sind viele. Okay, äh, weg. Eigentlich können wir das ja alles herholen, oder? Okay, weg, weg, weg. Okay, weg, weg, weg. Alle mal weg. Wir sind zu weit, um uns zurückdrängen. Schwere Panzerunterstützung unterwegs. Okay, Spitze. Wir müssen die Panzerabwehrkanonen ausschalten. Scheiße, das ist nicht so gut. Oh, weg mit ihr Panzer. Zurück. Boah, schwere Panzer, richtig nice. Da heilen wir jetzt erstmal alles schnell hoch wieder. Das war ja nicht schlecht gewesen. Das war nicht schlecht gewesen. Ja, jetzt sind wir alles schnell hoch hier, an dem M5. So, stellt euch mal so hier irgendwie hin, erstmal. Noch für den Fall, dass ihr jetzt doch hinterherkommen. Na so, wobei, ihr könnt auch Deckung hinter die Panzer suchen. Was ich immer geil finde, dass die Panzer halt auch grüne Deckung bieten. Das muss man noch viel mehr ausnutzen. Gerade Multiplayer dann. Auf die Idee bin ich dann noch gar nicht gekommen. Dann noch die Panzer als grüne Deckung zu nehmen und so. Ich freue mich, dass ich dann mit Multiplayer spielen kann. So, heilen wir mal alles hier. Hätte ich ja schon längst mal machen können. So. Äh. Den auch noch bitte. Okay, die kommen jetzt, die kommen jetzt, die kommen jetzt. Nur hast du weg, bitte. So. Steh mal hier hin. Viel könnt ihr eigentlich nicht machen. So, die meisten Bundeslern haben wir volles Leben. Du gehst mal noch. Ich hoffe, den kann ich nochmal heilen. So, nice. Vom Flammenwerb wird dann ausgeräuchert. So, kann ich die nochmal heilen? Geht leider nicht gerade. Steigt in das verdammte Fahrzeug. Ja, da holen wir halt noch mehr zwischen den Rekruten. Was soll es? So, die heilen wir nochmal. Das geht sogar. Gut, dann müssen wir die jetzt nochmal ordentlich belegen. Was haben wir denn hier? Einen schweren Panzer und einen Jagdpanzer. Okay. Ja, den sollten wir hier vorne mit haben, denke ich. Der Jagdpanzer ist, glaube ich, eher noch für hinten. Weil hier steht ja effektiv gegen feindliche Panzer in großer Entfernung. Deswegen würde ich sagen, machen wir den beiden Mörser mit rein. Ja, mal sehen, dass er nicht weit genug kommt, dass wir ihn halt anders belegen. So. Heilen können wir nicht nochmal irgendwas. Das ist schade. Auch weil der hier drin ist bestimmt. Komm mal raus. Komm mal raus. Nee, geht leider nicht. Schade. Na, machen wir jetzt zusammenlegen wir den. Wobei, ja doch, machen wir mal. Äh, M. Geht leider nicht. Okay, na gut. Scheiß drauf. Sollte ich sagen, mach mal weiter. Alter, haben wir jetzt viele Einheiten. Also, alles auf die 1. Welche verlieren wir uns jetzt auch nicht so schlimm. So. Das passt erstmal. Ja, Pionier, weiß ich nicht. Pionier machen wir mal mit in die 5 rein wieder. Den würde ich jetzt nicht verlieren. Den brauche ich zum Reparieren. Gerade so lange haben wir jetzt noch keine weiteren Einheiten bauen können. So, das hat man. Okay. Na, dann würde ich sagen, komm mal. Am besten wieder von der Seite. Und versuchen dann auch die Artillerie uns immer wegzuschießen. Am besten die Panzer lasse ich erstmal noch ein bisschen zurück. Sobald ich die Artillerie down habe. Oh, das ist natürlich jetzt so mit dem Panzer hier. Ne, den muss ich dann mal wieder wegmachen. Die Maschine ist am dümmsten so hier. So. Dann lassen wir den Panzer erstmal noch hier, bis wir die Kanone weg haben. Das müssen wir uns jetzt mal am besten machen. Einfach direkt einen Angriff von vorne. So, hau die erstmal weg hier. Das dürfte schnell gehen. Oh Mann, hurray. Na, dann brennt mal los, Leute. So, dann versuchen wir erstmal fix die Artillerie down zu bekommen. Mörser hauen wir auch mal noch drauf hier. Dann machen wir direkt einen Schuss. Hätte ich gleich mal machen können schon. Aber gut. Oh, da ist gut Damage rein, das Teil. So, wenn die Mörser mal noch fix schießen würden. So, den schicken wir mal zurück. Den auch. Ah, jetzt haben wir es doch. Sehr nice. So, Leute. Kommt, komm hier, liebe Panzer. Genosse, wir haben Ihre Panzerabwehr ausgeschaltet. Gut gemacht, Genosse. Die Panzerunterstützung wird zu Ihrer Position entspannt. Spitze. So, jetzt haben wir hier Angriffslugunterstützung und Präzisionsbombardement. Okay. Effektiv gegen die meisten Ziele und das ist glaube ich, weiß ich nicht, effektiv gegen vor allem Infanterie. So, halten wir nochmal alle. Ihr dürft auch nochmal herkommen. Währenddessen nehmen wir jetzt schon mal den Punkt hier ein, würde ich sagen. So viele dürften jetzt hier nicht sein mehr. Wenn überhaupt noch welche hier sind. Oh, hier ist noch ein Panzer. Ja, dann drauf. Panzer drauf. Äh, du bitte auch. So, den schicke ich dann doch mal zurück. Den auch. So, Mörser. Mach mal auch nochmal. So. Oh, das ist dumm mit dem Ding hier. Mal weg hier. Das wollte ich gar nicht. Bei dem brauchen wir noch zum Heilen. So, wo ist denn unser Jagdpanzer? Jetzt kommt er. Ah, der hat doch eine ganz gute Reichweite, wie es aussieht. Ah, der hält gut was aus hier. So, weg, weg, weg. Ah, werfen wir hier eine Kanale drauf? Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Wollen wir erst mal den hier down bekommen. Trinkt das was? Ja, bringt sogar was. Nice. Tja, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt hier als erstes wegschicken will. Aber diesen glaube ich schon. Die sind schon sicher. Ja, das kriegt man mit der Zeit, wie man das hin. Ich könnte die vielleicht noch ein bisschen besser an Deckung stellen. Aber wir, also im Sinne von hinter die Panzer und sowas, machen wir mal noch schnell. Ihr, rennt doch mal weg, bitte. Oh, wie soll ich nicht einfach die Artillerie-Kanone nicht, Trottel? Nimm die mal. Ja, sorry, das hätte ich mal eher machen können. Oh, der Panzer ist gleich down. Machen wir hier hin. So, dreht mal um. So. Naja, komm, das können wir auf jeden Fall noch nutzen. Verstärk die mal, bitte. So. Mir auch gleich mal. Ja, nee, die brauchen wir jetzt nicht noch machen. Das passt dann schon. Heimann einfach mal. So, mit dem Ding müsste es jetzt eigentlich ganz gut gehen, hoffe ich. Aber irgendwas praktisch in mir ein bisschen rum. Okay, dann gehen wir hier hin. Die verstärken. So, du stiegst auch mal noch drauf. Ja, so geht's doch easy. So hätten wir es gleich mal machen sollen. Aber irgendwann habe ich es noch erkannt. So, hört mal. So, dann komm mal vor. Hier, mein guter Panzer. Oh, ich sag mal, alle immer wieder alt haben wir viele Einheiten. Aber wir haben nicht viel verloren. Okay, ihr geht mal hier hin. Können einfach wieder mit dem Panzer. Ah, das kann man nicht aktivieren gerade. Ach, benötigt Veteranen. Na gut, dann nehmen wir die hier. Oh, hier ist noch einer. Na dann. Aber es ist ja sogar hingerichtet. Die Artillerie. Aber mach mal bitte so hier. Ich will jetzt auch hier aber auch kein Flugzeug raushauen. Weil ich glaube, dass das so gut genug gehen wird. So, nehmt trotzdem mal den Punkt ein. Naja, komm, das sieht doch gut aus. So, die halten wir mal alle hier. So. Äh, na komm, habt ihr gleich down, oder? Hier haben wir noch grüne Deckung. Können wir hier hingehen. Ja, das wird dann interessant, weil da hat er es so dargestellt, dass wir links und rechts, äh, dann lang müssen, gleichzeitig. Das kann was werden. Spitze. Ja, repariert mal den Panzer, bitte. Schau mal heran. Wir haben den strikten Befehl von Marschall Conne, Festungen zu meiden und unseren Vorstoß nach Berlin fortzusetzen. Aha, aha. Teilen Sie Ihre Streitkräfte in zwei Gruppen auf und kesseln Sie die Stadt ein. Denken Sie daran, wir müssen beide Ausgänge der Stadt kontrollieren, wenn wir die Feiglinge davon abhalten wollen, zu flüchten. Ja, alles klar. Okay, was mich jetzt ein bisschen stört ist, wir sind schon ziemlich nah am Bevölkerungslimmer dran und die Einheit, finde ich... Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Deutschen unseren Planer schauen. Jetzt ja nicht so aus, ähm. Nutzen Sie alle Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen, um die Ausgänge sofort zu sichern. Was können wir denn hier noch bauen? Wir können alles bauen. Okay, und bislang haben wir nur... Bislang haben wir halt nur wieder das Ding hier. Oh, das ist schade. Na, dann baue ich mal noch, um was, dass wir MGs und so bauen können. Was ist denn das? Unterstützungs-Waffen-Kompanie. Forte hat schweres MG. Okay, ja, dann machen wir das erstmal. Wo wollen wir hier hin? Wir haben jetzt so viel Manpower. Was können wir noch bauen hier? Ein Panzer-Ballajungs-Kommando. Da würde ich gleich hier das mechanisierte Panzer-Kompanie bauen. Hätte ich für die bessere Idee. Und da würde ich ein paar Einheiten jetzt wieder wegschicken. Vielleicht die, die noch nicht befördert sind. Die hier alle. Ich meine, gut, wenn die geupgrade sind, sind die natürlich auch nicht so verkehrt. Aber da brauche ich lieber coolere Einheiten dafür. Schicken wir die mal wieder weg hier. Ja, super. So, ihr könnt auch weg. Erstmal wieder von dem Ding. Na, jetzt drehen die es hier nur um. Dann machen wir es so hier einfach. Sind zwar schon ein bisschen befördert, aber jetzt egal. Egal, egal. So, komm mal auf, wir haben mittlere Jagdpanzer bauen. Ich wollte eigentlich das mittlere Panzer bauen. Sie waren das andere Gebäude gewesen. Oder wir sparen, dass wir den hier bauen können, weil da war ja richtig nice gewesen das letzte Mal. Boah, das wird schwierig jetzt. Wir haben immer noch zu viele Einheiten, finde ich. Schicken wir die auch mal noch weg. Können wir die nicht irgendwie noch zusammenlegen? Das würde mir besser gefallen, wenn das gehen würde. So, MG können wir schon mal bauen. Da brauchen wir erstmal... Gut, also wir müssen überlegen. Wir werden von links und rechts kommen. Vier MG's. So, links und rechts. Hier war zwei. Ich bin ja wie gesagt immer ein großer Fan von MG's. Boah, das wird allein von der Belegung super assi, Leute. Oder mach mal 1 MG. Ne, mach mal 4 MG's. Das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen. Wir machen es jetzt so. Ich setze hier einfach mal einen Cut an der Stelle. Und wenn wir uns nicht wiedersehen, dann erkläre ich euch, was ich jetzt alles gebaut habe. Okay? Also bis gleich. So, Leute, mach mal weiter. Ich habe jetzt so weitestgehend schon ein bisschen was fertig gebaut. Wird natürlich ein bisschen was kommen, aber wir müssen jetzt so langsam loslegen, weil wenn der Ball noch 100% ist, haben wir verloren. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich eine große, riesengroße Kompanie auf 1 gemacht habe und die andere auf 2. Ich denke, anders würde ich das jetzt nicht gut hinbekommen. Und wer das jetzt... Hab das auch so aufgeteilt. Wir haben jeweils zwei MG's. Dann habe ich so alles nur halbwegs fair aufgeteilt. Sieht man auch, wenn ich das switche hin und her. Und genauso habe ich dann in einer Kompanie dann diesen mittleren Jagdpanzer und diesen schweren Panzer. Und diese andere Kompanie soll dann noch dieser große Panzer hinkommen, den ich jetzt hier gerade baue. Hier diese Selbstfahr-Artillerie-Fahrzeug-Dingsbums da. Also hier die Isar Isu 152. So, und dann legen wir uns einfach mal los hier und hoffen mal, dass das ausreichend ist. Ich werde natürlich jetzt währenddessen noch weiterbauen. Die Frage ist natürlich dann noch was. Schauen wir einfach mal. So, der kommt auch noch mit auf die Zwei. Der genauso. So, na gut, dann legen wir mal los, Leute. Puh, 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 ey. Das wird richtig übel jetzt. Okay, hier kommen schon die Ersten. Oh, Alter. Aber besser geht das halt als nicht nur Belegung an. Das andere wäre halt viel zu kompliziert. So, du zieht sich mal bitte zurück. Versuchen wir jetzt mal die MGs schnell aufzubauen. Okay, sind sie schon. Okay, du zieht sich auch mal zurück, bitte. Weg mit dir. So, aber spätestens, wenn da noch der große Panzer mal kommt. Wo ist denn der? Hier. Wie, der kann von hier aus schießen, oder was? Das ist natürlich beeindruckend. Nicht schlechter Spass. So, haut die Mafics weg hier. Ich hätte ja gerne auch noch eine M5 in dem anderen Ding, muss ich sagen. Damit ich sie wieder hochheilen kann. Ich glaube sogar, das werde ich mal noch schnell machen. Der Pionier ist sowieso down. Aber so gut wie down, dann können wir die mal zurückschicken und bauen wir dann noch fix, wenn wir es dann können, so ein Panzerbataillonskommando. Da können wir dann den M5 bauen, glaube ich. Ja, kommen wir auch. So, Leute, kommen wir klar. So, hier können wir die Leute ja dann langsam wieder hochheilen, glaube ich. Wo ist denn das Auto? Hier, kommen wir weiter rein. Und geht zurück, bitte. So, jetzt können wir die alle wieder heilen. Machen wir mal. So. So, sieht gut aus. Dann machen wir weiter. Ui, da hat er schon gut verloren hier. So, weiter bitte. Schauen wir mal, ist das hier unser Pionier? Ja. Reparier mal bitte den Panzer. Naja, Granate kann ich jetzt ja nicht mehr ausweichen. Au, die hat gesessen. So, können wir aber alle wieder heilen. Wie sieht es denn aus? Komm mal her, hier können wir jetzt bauen. Das ist ja super. Wie viel brauchen wir denn noch? Brauchen wir noch? Ne, eine anderthalbe Minute kann man noch rechnen. Ja, schießt jetzt. Uh, uh, das ist übel. Komm mal weg hier. Wie viel hat der noch? Ah, da steht auch scheiße. So, fahren wir mal rückwärts hier hin, bitte. Ja, passiert halt. So, der haut das mit dem Sniper weg, bitte. Uh, das ist ein NG, das ist ein NG. Wie kommst du mal vor, bitte? Uh, nein, nein, die haben ja eine Panzerabwehrkanone. Okay, weg hier. Der Mörser müsste aber hier mit sein, ne? Ja, der ist hier mit. Okay, mach mal auf das NG drauf, bitte. Werft auch mal noch, bitte, eine Konate drauf. Wir machen mal URN, rennen einfach mal rein. Die Hände mal hoch. So, ah, sieht doch schon ganz gut aus. Werft ja auch mal noch eine Granate rein. Okay, die ziehen sich auch schon zurück, wie es aussieht. Wie sieht sie denn hier aus? Oh, die müssen wir halt langsam mal hellen hier. Äh. Geh mal hier drauf. Machen wir mal Flammenwerfer draus. So, greifen wir an. Der ist leider gleich down der Panzer. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. So, ah, die haben wir auch gleich. So, komm mal vor. Uh, das sind ja noch viele. Okay, du ziehst dich mal zurück. Scheiße. Das war ja der, mit dem ich bauen wollte, glaube ich, ne? Ich baue mal einen Pionier. Neun. Damit wir dann langsam mal das Gebäude endlich bauen können. So. Okay, den Punkt haben wir jetzt aber gleich. So, werf du mal. Ah, geht leider nicht. Okay, versuchen wir, mich nochmal hochzuhalten. So, hier auch noch drauf. Wie viel sind denn das noch? Wie lange lebt der denn? Das gibt's ja gar nicht. Okay, Schwerdpanzer gehen wir wieder auf das Fahrzeug hier. Ah, die Jagdpanzer schickt man auch mal hier drauf. Ah, ihr bräuchte mal hier eine Granate oder so. Okay, Flammenwerfer. Das gibt's doch gar nicht. Ehrlich. Also langsam wird's hier eklig. Aber wir haben ja noch diesen großen Panzer. Der dürfte ja auch einiges machen. Dann können wir auch bei den Neuen bauen. Den kann ich auch mal upgraden noch. Ai, ai, ai. Das werden jetzt richtig viele. Okay, Granate. Wir müssen erst mal hochheilen dann. Okay, das Auto muss ganz schnell zurück jetzt hier. So, T am besten noch. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Ich hab da... Ich hab da Rückwärtsgang gemacht. Schnell. Verdammte Scheiße, wie ich sowas hasse. So, jetzt weg mit dir. So, der Punkt gehört schon mal uns jetzt aus der Spitze. Der auch. Eins zu schlimm. So, 49%. Naja, das... Uh, das wird aber... Hier ist auch noch ein Punkt dann. Sicher und halten Sie die Eisenbahn. Das ist die Zeitpunkt, die oben müssen wir erobern. Aber gut, wir müssen uns ja hier um die Torsch kämpfen. So, du gehst mal zurück. Dich bauen wir jetzt mal hier irgendwie auf. So. Den bauen wir genauso mal so auf noch. Schwerer MG-Trupp wird verlagert. Uh, das ist übel, Leute. So, Pionier. Ja, bitte baut man das Gebäude. Das müsste es eigentlich sein mit dem M5. So, wie sieht's aus hier? Ja, komm, das geht doch schon irgendwie hin. Mörser, geh mal zurück. Machen wir mal einen gezielten Schuss hier hin. So, du kommst auch mal mit. Schieß mal hier drauf, bitte. So, haben wir den Punkt. Spitze, aber wir müssen die unbedingt dann hochheilen. Ne, den Punkt haben wir noch gar nicht, sehe ich gerade. Wir haben jetzt auch zu wenig Einheiten. Ich muss hier erstmal den M5 bauen, bevor wir hier weitermachen. Oh, die mal schnell weg hier. Oh, ich will die Panzer nicht verlieren, das war übel. Wo sind hier unser... Ja, komm. Wir machen auch viel zu wenig Damage gerade. Okay, schieß du mal hier drauf. Das wird übel, Leute. Wir müssen, wisst ihr was, wir wollen jetzt erstmal die Einheiten her. Das hätte ich schon mal viel eher machen sollen. So, das Gebäude fertig, Spitze. Schicken wir den mal hier hin, weil hier braucht man einen Pionier zum Reparieren. Haben wir den jetzt verloren? Ne, sieht gut aus. So, M5. Bauen wir mal erstmal einen. Schicken wir dann hier hoch, dann können wir auch die AMGs wieder heilen. Und von denen holen wir jetzt immer nach und nach immer mehr am besten. So, den Punkt haben wir. Hochheil nochmal bitte. Und wenn die hochheilt sind. Ah, ist ja schon der Fall eigentlich. Wir müssen unbedingt nochmal das Ding reparieren. Oh, dann müssen wir noch einen Pionier bauen. Geh hin bitte. Oh, wie lange braucht ihr denn für den scheiß Kanadier? Das kann doch nicht wahr sein. Nicht nur wirten halt oder so, aber das ist doch lächerlich. Scheiß drauf, ich mach jetzt einfach hier hoch. Ich mach jetzt einfach hier nach oben. Jetzt rennen wir weg plötzlich. Okay, du gehst mal weg bitte, weil dich will ich echt nicht verlieren. So, äh, ja, greift mal an. Ja, scheiße, jetzt verlieren wir doch unsere MGs hier. Deckung durch Rauch. Ja, toll. Okay, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Da ist ne Pack, seh ich gerade. Oh nein! Okay, den können wir noch gerettet, oder? So, ich hör mal noch mehr. Aber wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Dann reicht's jetzt. Drauf. So, währenddessen holen wir hier die Einheiten her. Währenddessen bauen wir noch einen NG. So, mal gucken, ob das irgendwas bringt. Ich hoffe es. Ja, irgendwie nicht. So, ja, ein bisschen schon. Ja, was wird der denn hier? Komm mal runter. Da probieren wir den Panzer. Und dann den Panzer. Und dann schicken wir mal alle MGs hierher herkommen. Also, am besten alles, was jetzt hierher kommt. Schicken wir hierher. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit, Leute. So, aber hier sieht es ja noch ganz gut aus. Sie ist jetzt hier ein Pionierspitze. Reparieren wir noch das Auto. Nein, nicht rein! So, komm, hier raus. Und jetzt, äh, eh. Reparieren wir noch das Auto schnell. Denn das sind Farmer, fahren wir schon mal weiter. So, los geht's. Ja, ja, ich halte schon Abstand von der Stadt. Wie sieht's denn aus hier? Das Flugzeug kriegt ja immer noch drüber. Okay. So, der Panzer. Na, mach doch mal ein bisschen schneller hier. So, reparieren die denn nicht? So, halt reparieren. Okay, die sind dabei. So, drauf hier. Und die haben wieder eine Pack. Da haut erstmal die Pack weg, schnell. Okay, ist down. Oh, ich liebe den Panzer. So, macht mal schnell hier. So, Mörser, geht mal hier hin, bitte. Das M.G. hätten wir mal hier lassen sollen. Das hat schon gepeilt. So, drauf. Ach, das geht mal hin, das geht mal hin. Das ist ja noch so ein Zwischenposten. Okay, heilen wir mal. Ich hoffe, er überlebt. Okay, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Okay, äh, weg, 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 weg. Ich hab den noch schon längst abgebaut. Okay, er lebt aber noch. Okay. So, heilen. Geht nicht. So, noch ein M.G. bauen. Boah, dauert das lange hier. Unfassbar. Wir können ja schon mal das M.G. irgendwie ordnen. Ach, nice, okay. Dann hat das doch gut was gebracht mit dem Flugzeug. Na dann, hochschnell. Oh, 70% schon, ey. Das wird richtig knapp, Leute. Das wird richtig knapp. So, holen wir mal noch mehr Einheiten hierher. Oh, die haben ja doch noch was. Oh, das ist doch gemein. Okay, jetzt muss es jetzt umgeklappen. Drauf hier. Drauf, drauf, drauf. Dann wollen wir mal noch upgraden. Aufbauen. Granate rein. Schnell. Molotow am besten. Ja, genau. Macht mal. Und hoffentlich jetzt kein Panzer verlieren. Aber das könnte schon gut gehen jetzt hier. Ich hoffe es. So viel haben die ja nicht mehr. Ja, sieht gut aus. Sie gut aus. So, hier. Heilen schnell alles. Erstmal alles auf den Punkt. Go, go, go. Boah, ist das übel. Boah, ist das übel. Viel Zeit haben wir nicht mehr. So, die flüchten alle. Das ist spitze. So, machen wir die alle mal auf 4.1 hier. So. So, dann können wir die jetzt auch erstmal wieder hochheilen hier. Die genauso. Okay, weiter, weiter, weiter. Boah, ist das übel. So, an dem Punkt nehmen wir jetzt hier gleich ein, hoffe ich. Bauen wir mal so erstmal alles auf. Und gehe so hier. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht so viele stehen. So. Was haben wir noch? Mörser. Machen wir so hier. Panzer dafür drauf schießen erstmal. Wie das ist ein Nervsack. Eine MG ist hier drin. Ich hoffe, der Panzer legt das schnell down. So, du machst mal hier ein Fahrzeug. So, Mörser, schieß auch mal bitte hier drauf. So. Okay, das Gebäude haben wir aber gleich down dann. So, können wir die nochmal heilen? Sehr gut. Machen wir gleich mal. Boah, das hat sich in sich die Mission. Oh, okay, Panzerabwehr kann man nicht. Zurück mit dir. Das Gebäude haben wir down. So, Mörser, bitte mal hier drauf schießen. Okay, du musst auch zurück, bitte. Den können wir nochmal heilen schnell. Wacht mal. Oh, das war tatt, das war tatt, das war tatt. Bei dem müssen wir ein Stück mal wieder vorschicken, den Panzer. Mörser schießen auch, okay. Gucken wir mal jetzt hier noch Verstärkung. So, wir können jetzt erstmal nichts mehr bauen. Wie sieht's hier aus? Oh, wir müssen noch reparieren. Pionier, Pionier. Oh, wir haben noch 80 Prozent, ey. Das wird jetzt richtig knapp danach. Wir können halt dann von denen dann auch hier rüberkommen. Reindreh dich, hätte man auch eine große Armee machen können und einfach alles überrennen. Aber ich glaube, das geht so schneller. Vielleicht geht das auch gar nicht, weil das dann trotzdem zu lange dauert, auch wenn man viele Einheiten hat. So, geh mal hier hin. Wir müssen jetzt mal Shady MGs heilen. Und ich baue mal noch einen Pionier. Den schicken wir dann hier hin. So, jetzt heilen wir die mal. So, und wir müssen unbedingt da noch den Panzer reparieren. So, können wir dich auch heilen? Spitze. So, dann geh mal vor hier. Ich hoffe, du überlebst. Ich hol mal noch mehr Einheiten her. So, was haben wir? 82 Prozent. Ah, das gehen wir schon irgendwie hin. Ja, ja, ja. So, können wir nochmal heilen? Leider nicht. Wo ist der Pionier, Pionier, Pionier? Wo ist denn der scheiß Pionier hin jetzt? Ist er down? Hier ist einer. Was macht er denn da? Scheiße. Na, egal. Können wir jetzt nicht drauf warten. Muss jetzt weitergehen. Verlass mal hier hin. Boah, es ist übel. Und es stehen übel zu den Einheiten mit dem rum. Sehe ich gerade. Guck mal vor hier. Aber den darf ich nicht verlieren. Das ist ein Bunker. Okay. Oh, hier sind viele. Alle hier drauf, bitte. Äh, äh, äh. Okay. Die haben keine Panzerabfahrer. Dinger, das ist scheiße. Okay, Panzer ist down. Sehr gut. Dann geht man auch auf. Die geht hier drauf, bitte. Haben wir auch gleich down. Dann geht man hier drauf. Dann ist ein Halmudi nochmal. Wir haben auch nochmal. Komm schon wieder ein Fahrzeug. Okay, dann müssen wir die Panzer schnell draufschicken. Yeah, ist schief, man. Spitze. Dafür muss ja immer Zeit sein. Mach mal hier den bitte down. Okay, Spitze. Boah, ich hätte einfach von einer Seite kommen können, anstatt hier alles nacheinander zu obern, glaube ich fast. Ah, ich komm... Ah, seht ihr was? Ich komm hier nicht rüber jetzt. Ich komm hier nicht rüber. Okay, das muss jetzt richtig schnell gehen. Okay, sammelt euch mal. Scheiße. So, so. Wo ist denn der scheiß Pionier, den ich ja extra geholt habe? Hier ist er. 90% sind wir schon. Wir müssen jetzt noch nach diesem Punkt erobern. Dann hätten wir es geschafft. Boah, das wird übel. Okay, ich hol mal nach fix hier. Soll ich nachher? Dann müssen wir es irgendwie nochmal mit dem Flugzeug probieren. Dann haben wir vielleicht noch eine kleine Chance. Ich versuche jetzt einfach alles hier rüber zu holen, oder? Ich weiß nicht, ob die es schaffen. Ich probiere es einfach. Dann müssen die zwei durch die Stadt durch. Aber anders geht es jetzt nicht. So, kommen wir alle mal her. So, drauf. Ja, es ist dauernd. Die müssen halt... Die müssen hier jetzt fahren. Ja, total beschissen durch die Stadt durch wahrscheinlich. Und jetzt alles super gesichert. Und ich komme nicht mehr nach links. Okay, äh, vergesst es. Bleibt alle hier. Bleibt alle hier, bitte. Oh, die halten wir mal nach weg hier. So, jetzt geht es los hier. Jetzt müssen wir mit Flugzeugen arbeiten. Äh, ja, nehmen einfach Bombardement. Halt, schnell gleich down. Keine Ahnung. So, drauf. Schnell. Jetzt bombe ich mich jetzt nicht selbst down. So, ihr geht mal wieder hoch, dass wir den Punkt hier auch sichern. Nicht, dass wir den wieder verlieren. Das ist ja ungünstig. Ja, also Bomben sind jetzt von Arsch. Ich dachte jetzt, hier wäre ein bisschen mehr. So, Pionier? Repariert der? Nee. Was ist mit denen hier? Die stehen ja in dem Haus drin. Das ist natürlich auch bescheuert. Ich sammle die jetzt erstmal alle und heil die erstmal alle. Was ist denn das? Okay. Haben wir noch unsere M5? So, halt mal, was geht hier. Haben wir noch einen M5? Und blaze down. Genosse. Die deutschen Ratten können jetzt nirgendwo mehr hin. Ja. Einsatz hier erreicht. Umkreis gesichert. Spitze. Angeblich versucht die 9. Armee der Deutschen den Rückzug nach Westen anzutreten. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Halten sie die Straße und die Eisenbahnstrecke und verhindern sie, dass deutsche durchkommen. Oh, das wird übel jetzt. Das wird übel. Die Deutschen sind sich der Einkesselung noch nicht bewusst. Wir werden sie überraschen, wenn sie die Evakuierung vornehmen. Hm. Da kommen sie! Okay, jetzt muss ich hier, finden sie die Flucht. Okay. Da kommen die jetzt von hier sozusagen. Drauf, drauf, drauf. So, die müssen wir aber alle ein bisschen schlauer aufbauen. Bauen wir mal so auf, das MG. Muss ich jetzt Step by Step machen. So, ja, den können wir hier lassen. Das ist ganz okay. Machen wir mal Flammenwerfer draus. Okay, bauen wir mal so hier auf. Ne, lassen wir mal so, ist okay. Ach, scheiß drauf. Wir bauen den jetzt hinter dem Panzer auf einfach. Machen wir so. Wir müssen mal den Panzer reparieren. Wo ist unser Pionier? Wo ist unser Pionier? Das hier drinnen. Mal raus. Reparier mal. Ah, das kriegen wir schon hin hier. Wie sieht's hier aus? Können wir die nochmal heilen? Sehr gut, das machen wir mal. Ah, unser M5 ist da mittlerweile. Den M5 tun wir mal noch upgraden schnell. Haben wir hier noch einen Pionier zufällig? Ist ja da. Oh, spitze. Dann können wir jetzt den Panzer noch reparieren. Du stellst dich mal so hier hin. Wir floren in Deutschland bislang. 0 von 20. Okay, also zwar, wir dürfen... Ich weiß nicht, ob es Soldaten sind. Sollen wir sie ziehen lassen? Ich habe ihnen gesagt, dass sie schießen sollen. Oh nein, das sind nur Zivilisten. Schießen Sie, bevor sie uns erschießen. Oder? Ich weiß es nicht. Ah, nee, doch nicht. Okay, aber das sind die Zivilisten. Äh, was MGM ist? Scheiße. Die hat hier weg. Aber wenn ein paar durchkommen, ist nicht ganz so schlimm. Okay, macht mal so hier. Bauen wir so auf. Das bauen wir mal so auf. Okay, wir sind immer noch keine durchgekommen. Die flüchten jetzt. Das ist natürlich dumm. Die hat es bei einer geschafft und flüchten jetzt wieder zurück. So, das sieht auch schon mal ganz gut aus hier. So, holen wir mal noch neue Einheiten her. Links sieht es eigentlich ganz safe aus. Oh, fünf Deutsche haben wir schon durch. So, ich würde gerne eine schöne Linie aufbauen. Darum geht es mir. Oh, die müssen wir mal heilen. Komm mal näher, M5. So. Ich würde den jetzt heilen. Komm mal näher, komm mal näher, komm mal näher. Jetzt. So, du musst auch mal näher kommen. Das steht jetzt auch total bescheuert. Komm mal so auf, irgendwie. So, die stellen wir mal hier hin. Das ist eine super Position. Ja, das steht eigentlich auch nicht schlecht. Wo ist denn unser M5? Wo ist denn unser M5? Den haben wir hier hingestellt. Okay, den müssen wir nochmal hinschicken zum Heilen fix. Der hat immer noch nicht so viel, der Panzer. Aber jetzt ist der down hier, das 1MG. Scheiße. Komm mal noch ein neues. Schieß mal hier drauf, bitte, Panzer. Ja, aber es sieht doch bisher ganz gut aus. Und hier? Ja, es läuft schon, es läuft schon. Richtig nice. Haben so Pioneers down, hä? Ah ne, hier so. Ah ja. Machen wir auch mal, was sie wollen. So, du darfst mal die M5 nehmen. Hätte ich eigentlich gar keine zu holen müssen. Na, egal. So, wir wollen mal noch mehr einhalten. Die Kruppen stehen bereit. HMG-Tronen. Sind hier welche rum? Nee. Nee, nee, nee. Jetzt kommen die von der Seite. Scheiße, scheiße, scheiße. Schieß mal down hier, irgendwie. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Muss man den mal so positionieren wieder. So, ist down. Ja, ja, ja. Aber die Mission hat es echt in sich, ey. Die ist übel. Vor allem das mit dem Zivilisten und so. Ist gut gemacht. Ist wirklich gut gemacht. So. Guck mal noch ein bisschen näher, dass wir den auch noch mal heilen können. So, hier ist ein neues MG. So, jetzt hier dürfte eigentlich nichts mehr durchkommen. Ja, komm, wie gis es? Wissen das war einer? Gibt es noch mal Panzer? Ja, komm, die mal wegpielen mir. Na, kommt, Leute. Komm mit dem mal so auf hier. Wie auf euch so vielleicht noch ein paar Einheiten. Das machen wir Bombardement. Bombardement? So, drauf. So, hier ist immerhin ein bisschen besser aufgestellt. So, mal sehen, ob es Bombardement noch was bringt. Ich hoffe es zumindest. Mal los, Flugzeug. Komm mal. Na, komm, Flugzeug. Das wäre ein gutes Timing jetzt. Na, jetzt ist ja schon wieder alles weg hier. Bäm, Alter. Übel. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. So, wir kommen mal ein Stück zurück. So, den ZLM-5 jetzt down. Sieht so aus, ja. Bauen wir mal noch einen neuen. Vorsichtshalber. So schlecht ist er hier eh nicht, weil der gut gegen Infanterie ist. Die fegen uns weg. Ach, Quatsch. Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrufs. Setzen Sie diese Feiglinge gut ein. Ja, okay. Ja, hang mal noch mit rein hier. Wobei, es sind ja fast eine Bevölkerungslimme, also von daher. So, Alter, das ist super gesichert. Hier, hier kommt nichts mehr durch. Hier, hier kommt nichts mehr durch. Eine tapfere Infanterie, ein neues hat das Ultima, die gesteigert wurde. So, baut euch mal so wieder auf. Gucken wir mal noch reparieren. Es sind auch noch zwei Panzer hier. Da müssen wir ganz schnell neue Einheiten jetzt hierher holen. Gucken wir mal noch einen MG. M5, es dürfte ja schon unterwegs sein. Ja, bauen wir halt noch solche hier. Man dürfte jetzt gleich ganz schnell für die Verstärkung kommen. Sticky werden vom Feind angegriffen. So, aber bislang sind ja keine mehr durchgekommen hier. Hier kommt sowieso, glaube ich, keiner mehr durch. Ja, kommt mal her. So, da kommen jetzt hier richtig viele. Also ein paar. Anscheinend haben die Deutschen aufgegeben. Ja, das sieht so aus. Das ist nicht nötig. Unsere rückwärtigen Streitkräfte werden sich darum kümmern. Okay. Also sie erreicht feindliche Streitkräfte. Vorher nicht das oder was auch immer. Sie starben zu Tausenden, um sich den Amerikanern zu ergeben. Aber den Generälen ging es nur darum, Berlin zu erreichen. Egos töteten Männer, die nicht hätten sterben müssen. Ich nehme an, Egos waren im Spiel, Genosse. Aber es war wichtig, Berlin vor den Briten und Amerikanern zu erreichen. Die Zukunft der Sowjetunion hing davon ab, dass die Deutschen sich uns ergaben, nicht unseren Verbündeten.